Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 1. November. Ein Toter bei Brand im Krankenhaus Frankenberg, Weilburger Bäckerei, Vollschiff verkauft und Bauarbeiten an der A3. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Ein Brand im Krankenhaus Frankenberg hat am Donnerstagabend einen Menschen das Leben gekostet. Gegen 18 Uhr ist das Feuer laut Polizei Frankenberg im Altbau des Kreiskrankenhauses ausgebrochen. Laut Informationen der hessischen Niedersächsischen Allgemeinen HNA ist das Feuer im Untergeschoss des Altbaus in einem Patientenzimmer der internistischen Abteilung ausgebrochen. Die Brandmeldeanlage habe funktioniert. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich laut Polizei ein Patient im betroffenen Zimmer auf. Dieser ist bei dem Brand verstorben. 13 weitere Personen wurden verletzt. Da Teile des Krankenhauses nicht mehr nutzbar sind, werden laut HNA 58 Patienten in Sicherheit gebracht. 13 weitere Patienten werden in umliegende Krankenhäuser verlegt, weil sie Rauch eingeatmet haben oder versorgt werden müssen. Eingesetzt waren bis zu 200 Feuerwehrleute aus Frankenberg, Röttenau, Schreufer und Battenberg sowie aus Korbach und Bad Wildungen. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei in Korbach geführt. Zur Brandursache konnte die Polizei am Abend noch keine Angaben machen. Wir blicken auf den Prozess um den Tod einer Fronhäuserin. Richter Benjamin Reichwein befragte am vierten Prozesttag drei Zeugen, denen die Tat von einem Freund des Hauptangeklagten detailliert geschildert worden war. Diese Aussagen deckten sich mit der Einlassung der Mitangeklagten von Montag. Noch mehr Licht in den Prozess hätte dieser besagte Freund selbst bringen können. Doch der von einem Anwalt begleitete Zeuge verweigerte die Aussage. Bei den Aussagen der drei Zeugen wurde klar, dass sich das Geschehen überwiegend in Fronhausen abgespielt hatte. Der mutmaßliche Tatort, an dem die 26-Jährige verbrannt wurde, beim Weitefeld im Heigerer Stadtteil Weidelbach, liegt nicht weit von der Gemarkung des Dillenburger Stadtteils entfernt und ist eine oft genutzte Anlaufstation für die Fronhäuser Jugend. Die Walburger Bäckerei Volsche ist bald Geschichte. Das Unternehmen ist an die Bäckerei Simon aus Waldbrunn verkauft worden. Ab dem 1. November übernimmt die Bäckerei Simon die Filiale im Rewe-Markt in Wallburg-Kubach, ab dem 1. Dezember jene in den Rewe-Märkten in Wallmünster und Grevenwiesbach. Folches Marktcafé in Wallmünster sowie die Filialen in der Limburger Straße in Wallburg und in der Oberthorstraße in Lönberg schließen ab dem 30. November. Der Hauptgrund für die Verkaufsentscheidung sei der Personalmangel in der Produktion, sagt Andreas Volsche. Es gebe kaum noch jemanden, der den Beruf des Bäckers ergreifen wolle. In den vergangenen sechs Monaten sei er in Produktion fast alleine gewesen. Das wollte er sich nicht mehr zumuten, sagt der gelernte Bäcker und betont zudem, dass diese Konstellation auch gegenüber dem Unternehmen verantwortungslos sei. Wenn er einmal länger ausfallen sollte, würde plötzlich der gesamte Betrieb stillstehen. So sei nun eine geplante Übergabe an die wesentlich größere Bäckerei Simon der bessere Weg. Weiter geht's auf die Autobahn. Bauarbeiten in der Anschlussstelle Limburg-Nord der A3 sorgen an den kommenden beiden Wochenenden für Verkehrsbehinderungen. Betroffen sind dabei nach Angaben der Niederlassung West der Autobahn GmbH von Freitag 1. November 19 Uhr bis Montag 4. November 5 Uhr. Die Abfahrt von der A3 aus Richtung Köln kommt auf die B54-B49 in Richtung Wallburg sowie die Auffahrt zur A3 in Fahrt Richtung Frankfurt von der B54-B49 aus Richtung Wallburg. Eine weitere Sperrung folgt während der zweiten Bauphase, die in der Zeit von Freitag 8. November 19 Uhr bis Montag 11. November 5 Uhr stattfindet. Dann werden die Auffahrten der B54-B49 sowohl von Weilburg als auch von Limburg kommend zur A3 in Richtung Frankfurt gesperrt. Die Sperrungen erfolgen wegen der Erneuerung der Asphaltdecke sowie Flächensondierungsarbeiten, so die Niederlassung West der Autobahn GmbH. Während der Bauzeit muss die Fahrbahn wegen unzureichender Fahrbahnbreite aus Gründen der Verkehrs- und Arbeitsstättensicherheit gesperrt werden. Die Autobahn GmbH investiert für den Bund rund 900.000 Euro in die Gesamtmaßnahme. Wir blicken nach Hessen. Dort wütet die afrikanische Schweinepest weiter. 288 infizierte Wildschweine wurden bislang erfasst. Absoluter Hotspot ist dabei der Landkreis Groß-Gerau mit 190 Fällen sowie acht betroffenen Betrieben mit Hausschweinen. Insgesamt 3581 Hausschweine mussten dort bislang gekeult werden. Die Seuchenlage in Hessen werde weiterhin als dynamisch eingeschätzt, heißt es aus dem Landwirtschaftsministerium. So breitet sich die Tierseuche aktuell wieder stärker aus. Zumindest mit Blick auf das Schwarzwild. Allein die Zahl der erfassten infizierten Wildschweine ist im Kreis Groß-Gerau von Ende September bis Ende Oktober um mehr als 50 Prozent gestiegen. Die umfangreichen und zahlreichen Maßnahmen zur ASP-Bekämpfung kosten. Experten gehen für das Jahr 2024 aktuell in Hessen von Gesamtkosten in Höhe eines zweistelligen Millionenbetrags aus. Enger wollte das Ministerium diese Zahl nicht fassen. So wurden für Kadaversuche und Zaunbau nach Ministeriumsangaben bislang jeweils mittlere einstellige Millionenbeträge ausgegeben. Nicht berücksichtigt sind hier damit verbundene Planungs- und Koordinationskosten im Regierungspräsidium sowie im Ministerium selbst. Auch kommen noch Einsatzkosten für das technische Hilfswerk Hessen Forst und Hessen Mobil dazu. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de. Gude Mittelhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vam.de.